Hallo ihr Lieben, ich erkläre euch heute einmal ganz kurz, wie ihr über die Fitnessloft-App in den Mitgliederbereich kommt und so euch die Termine für verschiedene Kurse oder Trainingstermine sichern könnt. Ihr startet einmal die Fitnessloft-App, die ihr euch natürlich vorher im App Store einmal runterladen müsst. Ihr klickt einmal rechts oben auf die drei Streifen, dann seht ihr hinter dem Plus der Mitgliederbereich. Dort klickt ihr einmal drauf, dann erscheint oben ein Feld mit der Studiokennung. Das ist jetzt bei mir schon ausgefüllt, bei den meisten wahrscheinlich nicht. Die Studiokennung lautet Fitness-Loft mit jeweils den Anfangsbuchstaben groß. Den Benutzernamen und das Passwort bekommt ihr von uns geschickt. Dafür müsst ihr kurz bei uns durchklingeln und nachfragen oder einfach vor Ort kurz Bescheid geben, dass ihr die bräuchtet. Ich gebe sie einmal ganz kurz ein. So, wenn ihr das eingegeben habt, klickt ihr am besten unten auf Merken. Dann müsst ihr euch nicht jedes Mal nochmal einloggen. Dann einmal auf den Haken klicken und dann seid ihr eigentlich schon drin. Ihr habt jetzt hier das Feld Termine rechts oben. Wenn ihr dort einmal drauf klickt, erscheint ein Feld, wo eure Termine drinstehen. Bei mir wäre jetzt hier zukünftige, das wäre einmal mein Body Balance Kurs. Ich zeige euch einmal kurz, wie ihr diesen Termin bucht. Ihr klickt unten rechts auf das Plus. Dann erscheinen alle Terminarten und Kurse, die wir im Moment anbieten. Ich könnte jetzt hier, egal welchen Kurs, ich suche mir jetzt einfach irgendeinen aus. Nehmen wir jetzt mal Body Combat. So, dann haben wir hier die verschiedenen Kalenderwochen. Die Woche vom 18.05., die Woche vom 25.05. und die Woche vom 01.06. Wenn ich jetzt auf den 18.05. draufklicke, wären das die Kurse dieser Woche. Dann wird mir angezeigt, an welchen Tagen Body Combat stattfinden. Und dann noch die Uhrzeit. Das geht jetzt direkt weiter, weil es nur eine Uhrzeit gibt. Ihr seht aber oben rechts nochmal bei den Terminen, um wie viel Uhr ihr den Kurs jetzt buchen würdet. Das könnt ihr natürlich nochmal bearbeiten. Wenn es passt, dann einfach so stehen lassen. Ihr seht oben noch einmal den Kurs. Wenn ihr es in euren Kalender eintragen lassen möchtet, einfach kurz den Haken setzen. Ansonsten einfach auf Buchen klicken. Und dann habt ihr schon eine erfolgreiche Terminvereinbarung. Jetzt seht ihr bei zukünftige, wenn ihr es einmal kurz aktualisiert, seht ihr da nochmal Body Combat bei Marco eine Stunde am 22.05. um 18.35. Das war es eigentlich schon. Ihr seht in dem Mitgliederbereich unter anderem auch noch eine Live-Auslastung. Das bedeutet, jetzt im Moment haben wir geschlossen. Das bedeutet, ihr könnt nochmal nachschauen, wie viele Personen im Moment sich im Studio befinden, damit die Anzahl von 60 Personen im Moment einfach nicht überschritten wird. Genau, und das war es schon.